Nein, nein, das kann nicht sein! Ich hatte gehofft, du würdest treibelig mitkommen, aber wir haben keine Zeit für diesen Platz. Ich habe damals beim Stand, aber an sich, ich weiß nicht, falls der Körper drin ist, könnten sie es ja eventuell überleben, so wie wir im ersten Teil. Was ist das, was ich mache? Was ist das? Diese Jagd war unterreißend. Okay, das ist die Operation Arschschritt beginnt in drei, zwei, eins. Mein Berg, Paladins, wird vorgesehen. Erblickt meine neueste Prävention. Hey, seid ihr hier aus der Gegend? Das zieht mich an, wie ich es nur ansehe. Was hat der Junge für ein Problem? Hey, ich glaube da kommt was. Fuck. Was geht hier vor? Ja. Das ist falsch. Lieber Gott, lass mich überleben. Läuft das Ding noch? Scheiße! Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Oh, das ist nicht gut. Laura, wie läuft es? Der Megül. Das gefällt mir gar nicht. Scheiße Zeug mal hier Was hast du vor? Ich hab das Ziel erfasst Ich hoffe es speichert automatisch Das hier wird wehtun Und zwar sehr Wow Nein Alter lass mich hier hoch So Du weißt Du weißt Faktor Weißt W